Was ist mein größter Fetisch? Mein größter Fetisch ist ... Mein größter Fetisch ... ... oder Geld hat sich zu einem sehr, sehr großen Fetisch entwickelt. Wenn ich aber mal so ganz auf mein Instinkt irgendwie hören würde, dann würde ich schon sagen, die Frau generell ist mein größter Fetisch. Also alles, was so an einer Frau dran ist, kann irgendwie auf eine Art und Weise faszinierend sein. Ich habe jetzt nicht so ein bestimmtes Ding, wo ich sage, das ist so eine Sache, darauf stehe ich besonders, sondern das ist mein Fetisch. Wobei natürlich, glaube ich, auch Fetisch ja nicht immer unbedingt was mit Sexualität zu tun haben muss. Aber so als ganz großer übergeordneter Fetisch gilt bei mir auf jeden Fall die Frau.